Das Thema ist heute 1 gegen 1, dementsprechend auch zum Warm-up finden, um am Gegner vorbeizukommen und dann auch in der Form 1 gegen 1 bzw. 1 gegen 2 unter Zahl im Angriff. Komm, tick, tick, ja, bravo. Enger Ball, enger Ball, enger Ball, tick, tick, bravo. Ja, tick, tick, mutig, 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 tick, tick. Eins gegen eins, Gegner überwinden, heißt, wir eröffnen die Aktion mit einem Pass und der Angreifer startet den Angriff auf eines der beiden Tore. Heißt für ihn natürlich, umso besser, findet er anwenden, Körpertäuschung, Tor erzielen. Bei Ballverlust startet die Gegenaktion, der Konter des Verteidigers. In dem Moment hat der Angreifer natürlich im Moment Gegenpressing. Ich muss als Stürmer den Ball mit in die Bewegung nehmen. Natürlich, wenn es mit dem Spiel nicht top gelingt, trotzdem weitermachen. Aber erster Kontakt, sau wichtig, auch hier in der Aktion. Ist klar? Komm, ja. Ja, mit, 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 Tempo. Tempo, Tempo. Ausüben. Stürmer muss Tempo aufnehmen. Tempo, Tempo, Tempo. Tempo, Tempo, Tempo. Spiel du mir mal den Balladi und komm mir entgegen. Tag, Tag, kommst du mir entgegen. Jetzt, Tim, gerade geht hier mit dem Ball so. Was sollte ich im Spiel tun als Stürmer, wenn ich vorbei will an dem Kerl? Kopf hoch. Kopf hoch. Ich muss ja den Gegner beobachten. Heißt, jetzt wird es schon interessant. Jetzt brauche ich Qualität. Ich muss mit dem Ball dribbeln. Ich gebe mit dem Ball und ich muss den Gegner beobachten, was der tut. Okay? Tut, Laius. Schau ihn an. Top. Jetzt mit Lippen. Gut. Schau ihn an, was er tut. Schau ihn an, schau ihn an. Super, Junge. Gut. Punkt über. Wir brauchen noch den Punkt, dass der Stürmer wirklich marschiert. Heißt, er muss vollgas, zielstrebig Richtung gegnerisches Tor arbeiten. Deshalb machen wir jetzt noch zweiten Verteidiger mit dazu. Okay? Stürmer kriegt den Ball. Stürmer greift an, kriegt Druck vom Verteidiger. Und wo kriegt er noch Druck? Er kriegt Druck im Rücken. Okay? Marschier, 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 marschier. Das heißt, ich muss Tempo rausnehmen. Bremse ich ab, habe ich eins gegen zwei Unterzahlsituation. Vermeide, komm. Vermeide Unterzahl. Vermeide Unterzahl. Tempo, 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 Tempo. Bravo. Bravo, Laius. Was haben wir gesagt? Eins gegen eins offensiv. Was muss ich immer im Kopf haben als Stürmer? Marschieren. Marschieren heißt, ich muss Tempo aufnehmen. Das ist mal das Entscheidendste. Guter erster Kontakt, Tempo aufnehmen. Zug zum Tor. Zug zum Tor mit Tempo. Finte. Finte, um am Gegner vorbeizukommen. Ja, mutig. Finte mutig. Und Kopf hoch, damit ich schauen kann, was passiert links, rechts um mir herum. Und damit ich den Gegner auch beobachten kann. Und damit ich den Gegner auch beobachten kann.